Wir zählen Autos Wenn wir analysieren, lassen wir Zahlen sprechen, denn wir segmentieren immer wieder bahnbrechend Wir fokussieren, floppen, sorgen für Transparenz, denn wir sind Data Force, ich wette jeder kennt's Internationale Merkel, für uns kein Problem, denn unsere große Stärke ist, dass wir sie verstehen Mit Kollegen aus 30 Nationen, im Sales, IT, Admin oder Produktion Unser großer Stolz ist unsere Mannschaft, mit der wir Zahlen drehen, voller Leidenschaft Und wenn es sein muss, bis in die späten Stunden, denn unser Lohn ist die Zufriedenheit des Kunden Wir zählen Autos, das jeden Tag, international, im Privat- oder Flottenmarkt Haben keine Angst, in die Zukunft zu bitten, denn unser starkes Team wird immer was entwickeln Wir zählen Autos, das jeden Tag, international, im Privat- oder Flottenmarkt Und wir entwickelten uns immer weiter, bis zum Number One Fleet Daten Provider Unsere Datenbanken sind wie Schatzkisten, voller toller Infos und mit Geheimnissen Denn unsere Kunden brauchen Automotive-Daten in hoher Qualität aus über 50 Staaten Wir lassen Daten sprechen in unseren Web-Tools, sei es in Feedbase, Online oder unseren Cubes Aber auch Geomaps in unseren Dashboards oder klassisch als Excel oder PPT-Report Bei jedem Wunsch oder irgendeinem Problem, wir sind immer da und lassen keinem Regen stehen Absoluter Kundenfokus ist unser Prinzip, gestatten, Data Force, Number One in Fleet Wir zählen Autos, das jeden Tag, international, im Privat- oder Flottenmarkt Haben keine Angst, in die Zukunft zu bitten, denn unser starkes Team wird immer was entwickeln Wir zählen Autos, das jeden Tag, international, im Privat- oder Flottenmarkt Und wir entwickelten uns immer weiter, bis zum Number One Fleet Daten Provider Bis zum Number One Fleet Daten Provider Bis zum Number One Fleet Daten Provider